Hallo Borussia Mönchengladbach-Fans! Sprechen wir über eine Situation, die nur wenige erwartet hatten, sich aber letztendlich als positiv für uns herausstellte. Erinnert ihr euch an das Durcheinander rund um Nico Elwedi? Er schien uns fast in diesem Sommer zu verlassen, was sich auf unsere Pläne auswirkte. Er blieb eine Weile verletzungsfrei, während wir auf die Entwicklung seines möglichen Abschieds warteten. In der Zwischenzeit holten wir Maximilian Wöber als Vorgriff, da der Abschied von Elwedi fast sich erschien. Doch die Situation hat sich in den letzten Wochen völlig verändert. Elwedes Wechsel in die Premier League kam nicht zustande, und er hat sogar seinen Vertrag bei uns bis 2027 verlängert. Das war eine ziemliche Wendung, oder? Diese Änderung hat uns in eine unerwartete Situation gebracht. Im letzten Spiel gegen Leipzig hatten wir Elwedi und Wöber zusammen in der Startelf, was vor einigen Wochen noch undenkbar schien. Sie spielten eine wichtige Rolle in unserer Abwehr, die in dieser Saison bisher der stärkste Teil unseres Spiels war. Für uns Borussia-Fans ist diese Situation wie ein Bonus. Wir haben jetzt eine stärkere Abwehr und eine zusätzliche Option, dank Elwedi und seiner Vertragsverlängerung. Elwedes Verlängerung und die Verpflichtung von Wöber haben uns in dieser Position sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Quantität sehr gut aufgestellt. Das ist großartig für unser Team und unsere Aussichten für die Saison. Und was denkt ihr über diese Situation? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren. Teilt eure Meinungen in den Kommentaren und die Verpflichtung von Wöber 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 und die Verpflichtung